Musik Vielen Dank. 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 Welcome to Rugby Park. And of course, this is the 16s, Kempsey Cannonballs versus the Coffs Harbour Snappers in the red. And of course, Kempsey being in the orange. And just a reminder, please, we've got this. We've had one game ready. Today is six games. Make sure you subscribe to the YouTube channel so you don't miss out on any of the play because each game will be on a separate link so players can share it to their friends. We've got a good match. We've got a good check. We've got a good match. We've got a good match. We've got a good match. there we go. We've got a good match. Untertitelung des ZDF, 2020 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 肉 Vielen Dank. 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 ... 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 Es ist in front of the Post. And that's halftime, folks. And that's halftime. 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 And that halftime creates... mit dir. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. And that takes the score to 12 points to seven. Kimpsey on the board now, Kimpsey being seven, and 12 to the und die Schnappers zu den Schnappers. Und ein Stellar run, da. Und ein Stellar. Und die Schnappers zu den Schnappers. 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 Sie haben in den Nürnberg gesehen. Sie haben einen Nürnberg? Ja. Sie wollen nach Newcastle gehen? Ich denke, ob ich mich nach Newcastle gehen. Ich glaube. Das war's für heute. ... 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 Ja, das ist nicht so gut, dass es nicht so gut. Es ist ein bisschen drive. Ja, es ist ein bisschen drive. Wir fahren auf einem Live Stream. Und dann fahren wir. Und dann fahren wir. Wir sind nicht so viele Leute. Wir sind nicht so viele Leute. Um, wir sind nicht so viele Leute. Ja, um... Ja, um... Untertitelung. Ich will nicht mehr. Mit dem, mit dem Funeral. Ich kann dich und ich zeige, sieh' ich. Ich werde die nächsten Funeral. Das ist die same. Ja. Ich werde dir, wie 250 für Funeral. Und wenn man einen Fortschritt hat, dann ist es ein paar Stunden lang. Was man auch die Frequenziale? Ja, ich weiß nicht, was ich. Wenn man die Bordes kaputtt, ist, was ich, dass ich sie nicht weggehebte. So, ich weiß nicht, was ich da. Wenn man die Bordes kaputtt, ist das nicht weggehebte. Wenn man die Bordes kaputtt, ist das nicht weggehebte. Ich gebe dir 300 Euro. Es könnte funktionieren, aber ich werde mit einem Tape-Equipmenten verwenden. Ich gebe dir 1 Euro. Ja. Ja, die Funeral-Equipmenten, definitiv. Ich möchte ein Reliever-Equipmenten für das. Ich denke, es ist das Zeit, wenn ich... Ja. Kampse will get the throw into the scrum. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß nicht, dass es nicht so lange dauern. Und das nimmt Kempsey in die lead. 14.12-12 Kempsey lead. Und Kofsar ist auf den Attacken. Ein bisschen von Renewer zu kommen aus der Kofs-Side. Und Kofsar ist auf der Kofs-Side. Und Kempsey are up on them, very flat. In fact, a little bit too flat. Referee says that's offside. Good tap and run. And the momentum is in favour of Kofs at the moment. Kempsey put in a lot of pressure on them. And they want that ball back. And they get it back. They've got the feed to the scrum. good to hear of Kofs. The theme is very pleasant. Have a long time. Vielen Dank. Vielen Dank. And a blistering run by the cannonballs, but he's lost the ball forward and it's gone out. So ready to feed the scrum? Oh, no. We've got a line-out. A quick discussion about where the ball's going. Coffs have got to move on here. That's a tap. Put a lot of pressure on the winger. Yeah. Ford's trying to set a platform. And that's out. And it'll be... And it's knocked on by Kempsey. So, it's a scrum with Coffs Harbour to feed. And the clock is running down. Still 12 points to 14. Kempsey leading with a 14. Coffs trail by two. Coffs input into the scrum. Unlucky bounce. Kempsey get the good position back. Coffs trying to get the ball, but going in over the top. Penalty to Kempsey. You're going to tap and run. And the referee says you can't do that. What was that for? That was a penalty for offside. It wasn't back 10. Kempsey letting the clock run down. And they're talking about a kick. It's going to get the tap and run. Coffs Harbour are under pressure now. They've really got to get the ball back and get down there and score some points. If they're going to try and salvage this game. And they've got position back of the ball. And some good yards made there. Kempsey looking to pilfer, but that was a knock-on. Kempsey looking to pilfer, but that was a knock-on. Kempsey looks to him. Kempsey looks to me. Let's go. Yes. Come on. The ball has been pulvered by Kempsey. Kempsey are on the attack. Kempsey is still on the attack. Going wide. It's not looking good for Kempsey and it's looking great for Kempsey and that's a try in the corner. Das nimmt Kimpsey auf 19 mit einem Kick zu kommen. 12 zu Coffs Harbour. Time ist der Fall für Coffs Harbour. Das 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 ist der Fall für Coffs Harbour. Kimpsey auf dem Outen über die Seite. Das ist der Fall für Coffs Harbour. Coffs really want to try and steal this line out. Das ist der Fall für Coffs Harbour. Das ist der Fall für Coffs Harbour. Coffs Harbour. Coffs Harbour. Das ist der Fall für Coffs Harbour. Coffs Harbour. Das ist der Fall für 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 Coffs Harbour.